ah ok aufbrechen und der ist immer gut ein brecheisen wir haben hier ein bestbestimmt den brauchen wir nein und ihr wollt nicht mitkommen ganz zufällig nein ich hab's euch angeboten und bleibt jetzt stehen ich wollte doch falschen knopf gedrückt haben wir denn hier was ja wenn wir wieder something in hier oh mein gott 257 und ein gürtel so wir können das schnell reißen darüber und ich glaube das machen wir auch weil ich möchte eigentlich nicht einfach so hier rum latschen und zwar gehen wir genau zuerst zum rettungsschwimmerhaus denn da kennen wir noch jemanden und aus dem können wir hier zumindest unsere waffen wieder reparieren so upgrade 98 auf jeden fall besser schicke aber nicht da habe ich nämlich nur was vor den nein denn zuerst wenn wir jetzt die bombe nein wir bauen sie sind schlitzer und dem die bestbestimmt den reparieren wir natürlich davor erst ok verstehe ich es nicht ganz aber möchte ich jetzt ja hier ist er ist nicht wunderbar und er geht leider als blutiger baseball schläger durch was ich nicht ganz nachvollziehen kann na gut auf jeden fall noch upgraden das messer noch gut können wir nicht mehr das heißt wir müssen ein bisschen was verkaufen und mehr geld für das okay wir haben jetzt dafür zusätzlich die scharfe brauchen wir nicht mehr messingerin können wir verkaufen und den alkohol verkaufen wir auch und den ich weiß nicht doch den verkaufen wir mal warum nein aber ich hätte eigentlich gedacht der geht es nach da oben hin das haben wir jetzt 1234 zwei weitere ich glaube das hackeballmesser 91 verkaufen wir einfach mal so jetzt holen wir uns noch eine belohnung ab die hackeballmesser 91 verkaufen wir uns noch eine belohnung müsste ja stellen wir mal den kurz ab den können wir während dem kampf dann wieder rausholen hey wir haben endlich gefunden die magi das gewinnen die kohle dankeschön also bis weg aber bleibt trotzdem jorden das lobe ich mir so noch mal elektroschrott ist immer gut und wir haben eine heizkelle zum glück hier würde ich meine ursache keine ursache schweres fleischermesser dass wir noch nicht verwenden können und blutraub raserei wir wollten ja hier zusätzlich ausdauer doch wir machen einfach mal raserei wenn die raserei voll ist halte y gedrückt um raserei zu nutzen das ist das was ich schon mal beim anderen das play gesehen habe und ich muss sagen es sieht einfach nur genial aus so ich brauche mir dann gerade nicht dann könnten wir doch eigentlich nein wir gehen hoch und machen wieder schnell reisen nicht entlang nicht entlang nicht da entlang aber eventuell dort entlang noch mal und noch kurz hier haben wir hier ich möchte jetzt zum leuchtturm danke schön steigst um ihn das ist schon mal die jahre so alles wieder gut bei euch dann ja 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 ist ja gut er ist immer noch ausgeräumt hauzt mich ist das auto noch da natürlich hältst du hast du angst vor dir so rüber anschmeißen und los geht's wieder einmal aufmachen so vielleicht kriegen wir auch jetzt mal wieder ein paar zombies mit so die kopf ist einfach viel zu eng so das war es so irgendjemand haben wir dann beim nachhinein erwischt so 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 hey verdammt ja ich dachte ich hätte sich getötet so damit gibt es das aber ruhe den töten wir sicherheitshalber auch mal ach man ich wollte doch eigentlich hier nur töten dann kommt sowas bei raus so ein verbrannt und ich hoffe jetzt inständig dass das messer noch da ist bitte hast du es bei dir nein ach komm ja siehst du eigentlich könnte ich mir selber wieder einen kopf hast für die dummheit old marina workshop gut da gehen wir nachher auch noch mal runter aber zuvor mit dermaßen rumlaufen naja guten tag ich bin es nur mach doch keine mühe lalalala einmal hier hoch ah gott ja ja man hat es nicht leicht hopp jetzt hätte ich eigentlich den trink nehmen können ach scheiß doch jetzt haben wir hier energy drinks ja hier haben wir doch was und das brauche ich jetzt ganz dringend und ein snack noch und den trinken wir auch mal vor uns so was haben wir hier drin am öffnen da ist nichts drin nehmen wir noch eine zweite Schaufel mit es geht nicht einmal ein Rohr kann ich das ach egal hier liegen eh so viele Rohre rum sich der wird drei jahre kann ist der kann ist der kann ist hoch hoch nicht mit mir verstanden du fein ha hat sogar gepasst so und bleibste liegen du fein ich hab's drauf es ist schon die rast die range anzeige benötigt immer noch so ein bisschen so einmal diese stange aufbrechen so nicht vor allem festhalten perfekt so dann ich nehme jetzt meine Kanister und hinstellen was was oh goddamit ihr war doch alle tot warum lebt jetzt halt wieder outs so hohoho hoh hoh TWO Leute Leute GO ganz ruhig ganz ruhig und lasst mich so hier Hier. Meine Güte. Hä? Hä? Wegen euch darf ich... Oh, Mann. Was zum... Okay, okay. Das war zu viel. Jetzt brauche ich irgendwas zum heilen, aber ganz dringend. Ich habe doch hier vorher... Das habe ich schon von meinen eigenen Schattenangst. Einmal Sackle beigenommen. Komm, ihr müsst doch irgendwas zum heilen hier drin haben, Jungs. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Komm, irgendwas... Ja, ich habe es durchgeschafft, aber... Mann, warum habt ihr hier nichts? Ah, ich möchte da hin. Gut, dann nehmen wir das Risiko mal auf. Die ist hinüber. Na, hör mal aufhören. Na, la, 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 la. So, mitnehmen. Drop, drop, drop. So, können wir hinten draufstellen. Können wir... Nein, können wir natürlich jetzt nicht mitnehmen. Lasst ihr mich zumindest wieder rein. Komm, ich möchte da doch nur rein. Ach man. Ja, gut, dann... Fahren wir halt zurück. Hoffentlich an einem Stück. So, das geht ja jetzt leider nicht. Wow, 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 ups. So, eine Kurve fahren. Lala. Ach, ist das nicht eerdig? So, einmal hier rum, einmal da rum. Wow, wow, wow. Wuhu. Das ist gar nicht, dass ich driften kann in dem Spiel. So. Einmal hier rum, einmal so rum. Einmal da rum. Wow, 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 wow. Oh, je. Da komme ich ja wirklich nicht rein. So. Einmal bitte die Tür aufmachen. Dankeschön. und wir zu machen wir sind hier und nach nein nehmen wir den behalter und stellen wir ihn hier so jetzt schön feuer machen ich glaube es ist so lecker barbecue ja guck er kann es gar nicht erwarten erst aber die ja schon richtig vor erwartung des fests zu essen vorher ist eine schöne sache es hat was als gern es abgeschossen schütze was mit dir los ist gut können wir das puzzle nehmen wir können es dann wahrscheinlich sogar wieder verkaufen und eine klinge